I'm taking the bomb to A Oh Gott, Bot. Ne, 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 ne Stop the bomb, stop the bot, stop the bot Schö, moin Kinderlein Willkommen hier auf Inferno, der wunderbar grünen Map, ja Oh Überall stehen Pflänzchen rum, es ist wirklich wunderschön hier Briefkasten gibt's auch, ja Komm, letztes Mal waren's Russen, vorletztes Mal waren's Russen, heute aber keine, oder? Hallo Team Ne, 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 ne Aber ihr seid coole, ultra coole Russen Da hab ich wieder Leute am Start, das sind, ah Fachmänner der englischen Sprache Hervorragend So könnte ich mir doch wirklich, so lasse ich mir das gefallen in das Spiel, ne Äh, doch nicht, warten wir kurz ab, oder was? Okay, wir warten kurz ab Oh, oh, die Bombe geht vor, nicht alleine Monsieur, Madame Je m'appelle, tu t'appelles comment? Oben, 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 Jungs Ah, den hab ich genutzt, ne? Von der City, mit 1 Nein, 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 Jungs, warum sind wir nicht auf B gegangen? Wir haben doch jetzt ein Entry geholt Ich mein, klar, es hat jetzt ein bisschen gedauert, aber Aber guck mal, another one on B down Let's go B, fast Blue, you got the Bomb Ah, Blue, 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 wo gehst du hin? Blau läuft halt erstmal außenrum, bevor er plantet, warum auch nicht Just wait at him, come We got the plant, Purple, just wait So, Jungs I'm on the spot Gucken wir mal Wir warten lieber mal ein bisschen ab, ne? Die Runde wollen wir ja sicher holen, ja So, geht allein Fatih ist natürlich schon dick am Start heute Ist ganz klar, ist ganz klar Die erste Runde lief nicht schlecht Da kann ich mal direkt ne Ump zum brutalen Reinhasseln Aber so, mhm Übrigens, heute ist Livestream Also wenn Dienstag oder Donnerstag ist Oder Freitag Dann ist heute Livestream Ja, ich weiß nicht genau, wann das Video kommt Gestreamt wird jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr Mal kurz überlegen, ist heute Dienstag oder Donnerstag? Ist gleich 18 Uhr Und jeden Freitag ab 22 Uhr Ist heute Freitag? Vielleicht ist heute Freitag, kann sein Okay, Jungs Ihr habt da schon mal einen genutzt Finde ich ja nicht schlecht Aber Fatih geht jetzt trotzdem erstmal auf Ah! Ah! Oh, the smoke I smoke for you Warte, warte, warte Ich kann nicht sehen, ob da einer ist Schüssel, Mann Jetzt hocke ich hier wie karl Arsch oben rum Another one Fatih ist natürlich schon wieder Gottes Willen bin ich am Reinhasseln Mann, Mann, Mann Pass auf, gleich kriege ich so den Arsch aufgerissen Das darf man nie sagen Das darf man einfach nie sagen, dass das gerade gut läuft Gott läuft jetzt gerade scheiße Ich würde gerne mal wieder was treffen Haha, zwei Oh, Jungs, das ist aber schlecht gelaufen Das ist sehr schlecht gelaufen für euch That's great, guys Also ich bin jetzt schon gespannt auf die Ranks, ne? Ich meine, an sich ja gar keine so schlechte Idee Zu zweit hier zu stehen, ne? Es ist ja jetzt nicht irgendwie der Weltuntergang oder so Aber Aber jetzt auch nicht optimal, ne? Man merkt es halt wie immer Je höher der Rank, desto einfacher wird's Ja So als eingespielter Vollprofi Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich später im Stream Auch noch Timing habe und das nicht jetzt hier verbrauche Weil für mich ist heute Stream Also heute ist Donnerstag Während ich das hier aufnehme Aber Ich werde es heute nicht mehr hochladen können Weil es nur noch drei Stunden zum Stream sind Und so ein Matchmaking braucht vorneweg Äh, vier oder fünf Bis es halt Komplett online ist Warum ist jetzt blau AFK? Just play slow guys Blue AFK Bitte sterbt nicht, Jungs Wacht ganz langsam Schalalalala Oh Gott, war da oben einer? Das ist meiner, ne? Okay Ich hole mal die Bombe Okay, das sind sehr, 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 sehr gute Leute hier Die Jungs Ah, blau, jetzt bist du da, du Furz Blau hat jetzt halt keine Waffe Da kann man nicht viel machen Äh, hätten wir das gewusst Hätten wir natürlich was gekauft Dem alten Vogel Ich molle hier vorne mal Oh, geiler Scheiß Falls jemand auf dem Dach steht, weißt du? Oh mein Gott Wir müssen rushen Also man merkt es Wir müssen die umpimmeln Wir können ja nicht lange rumkacken Sie haben halt ein gutes Stellungsspiel Äh, wenn man sie lässt Oh mein Gott Wir dürfen sie halt nicht lassen, ne? Da war ich dick abgeaimt Heide, nein Mist Auf A, auf B wurde schon einer genutzt Leute, muss das sein? Ach, fuck Ich dachte, Boba, äh, Böbchen steht da mit seiner AWP Was aber ja auch macht Aber irgendwie Vom Winkel, er hätte Boba ihn zuerst sehen müssen Wahrscheinlich ist er gerade weggegangen Dumm gelaufen, ne? So, der Kollege hat einen HP Einer ist City Der andere ist auf dem Spot Oh Gott, okay Oh, er hat 9 HP Uff Ich hab jetzt mal ein B-Rush angesagt Äh, mach ja auch mal einmal die Glocke, ja? Dass sie Bescheid wissen Dass wir jetzt kommen Wir warten auf die Granaten Und Da kommen sie auch schon Nicht Das war fast Ach, scheiße, Jungs Was war denn das für eine Flash? Ich meine, das ist nicht so Als hätte ich mich jetzt großartig retten können Äh, ohne die Flash Aber Was war das für eine Flash? Stell dir mal vor Der AWP, der hätte mich nicht getroffen Und ich wäre dann in der Sekunde Wo ich ihn hätte dann fisten können Weil er gerade repetieren muss Geflasht Das ist schon haarig Cash-mäßig stehen wir halt jetzt wirklich nicht prickelnd da Wir müssen die Runde holen Wir haben jetzt 3 am Stück verloren Ist doch irgendwann wieder gut Ich hab so ein bisschen Schiss Vor 2 bis 3 AWPs Bei City So wie, äh, vor kurzem Ach 2 gegen 2 wieder Also ich geh jetzt nicht mehr zuerst ran Machen sie das jetzt noch Oh, er hat es echt elegant Richtung City gelegt Er wäre Das hätte er zeigen können Oh mein Gott Und er hat dann das Scout Ah Ist das schlecht, ne? Und er duckt sich Ja, also Warum hat er denn diesen Platz gewählt hier? Er hätte doch beim Planten voll fressen können hier, oder? No time run Jungs, es muss noch ein bisschen krasser sein hier, okay? Kommt Wir müssen uns echt gucken, dass wir hier die Backen zusammenkneifen Und dann mal reindrücken hier Jungens Orange, geh du mal vor, genau Ich hab keinen Bock, schau dich vorzugehen Dann den first shot hier zu fressen Ne, ne Hey, looks good, guys One shot Nein, 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 nein Die Shots sind alive? Yeah, yeah, yeah Okay, I'm planting One spot Kommt schon, Jungs Habt ihr, habt ihr, habt ihr Bitte, bitte, bitte Sehr gut Okay, play slow We got the plant Kabert euch bitte, Jungs Versteckt euch Wie Grashüpfer Kein Bock, dass die jetzt noch durchkommen Die letzten zwei Sehr schön, sehr schön Der ist down Nice, sehr schön Ich werde jetzt direkt davon gerannt Hierhin für ein bisschen Timing Das war wirklich not bad Und jetzt einfach so weiter hier Wenn wir uns fokussieren auf einen Spot Dann passt das schon Fuck One minute It's down Short one Ich versuche jetzt hier lang zu pierchen Und hier zu natzen Ich hoffe, dass Purple gleich die Bombe mitbringt Ach, scheiße Hier ist er ja on the spot Oh, guck mal da Er führt unsere Waffe aus Ja, nein Es sind drei CTs Und es ist keine auf A Ah, guck mal da Da meldet er sich auf einmal Der Furz Oh, nice Komm, geh ran Der hat nur diese verkackte 10 Oh Oh Ich meine, das ist ja schon mal nicht übel Bei CTU haben wir sie eh zu null Aber hier könnten wir schon noch so 2, 3, 4, 10 Röntgen reinhauen Jungs, komm mal mit Komm mal mit auf A hier wieder Ja, sehr schön Klingelingeling Hier kommen die Eiermänner Okay, Leute Jetzt wird es Reskant Kann ich hier bitte mal kurz raus Dankeschön, Boy Äh, ich wollte da runter Okay Das ist halt haarig, ne Mit den Pistols Da darf man eigentlich nicht Dieses einzelne Das sind ja zwei Stück Orange Hat Orange keine Voice Oder Orange war die ganze Zeit Bei Bananen Oder irgendwo Halt da auf Lower Mid Und Keine Ahnung Hat er vielleicht nur Eintritt verlangt Und hat die durchgelassen Ich weiß das, nein Aber das war schon ein bisschen unverschämt Mein Freund, komm Ich glaube Mit der Scout Hustle ich jetzt doch ordentlich rein Pass mal auf Ach, da wird erstmal gesmogt, Jungs Das geht natürlich so nicht Oh nein Er hat die Bombe mit auf B genommen Der Furz Sag mal Also wir haben echt so zwei Zwei Weichkäse hier Blau und, äh, gelb Das sind irgendwie nicht so gut, ne Rennt mit der Bombe einfach da auf B Und lässt sich da nudeln Was haben die denn jetzt vor? Was haben die denn jetzt vor? Wen wollen die denn kicken? What the fuck? Das hat Sind die dumm? Die haben unseren Mech gekickt Weil er jetzt halt noch keine Kills hatte Sind die bescheuert? Why the fuck did die lief? Warum wollt ihr den kicken hier, Spacken? Also ich denke nicht, dass das Pörpler war Weil er schon so frägt Ne Er hat bestimmt mit mir zusammen für Nein gewählt Aber Was ist jetzt hier los? Jetzt ist er einfach gegangen Wahnsinn So macht es natürlich Spaß Wenn man dann, äh Es ist doch auf City tausendmal einfacher Vor allem, wenn man ein volles Team ist Gottes Willen Das ist jetzt echt, äh Karl Arsch hier Also Zwei Ärsche Der den einen einfach vote kicken will Und der andere Der halt dann einfach geht Beleidigt Und jetzt kommt er von hin Das Timing Gradios Wäre mal lieber vorher gekommen an der Tür Der schön Das Brettfresse Nun ja, das ist jetzt ja wirklich Eine tolle Wurst, ne? Leute So macht es Spaß, nicht wahr? Wisst ihr, wenn das von City auf T passiert Dann ist ja nicht so schlimm T kann man mit Bot schon spielen Aber City Wenn man da nicht gescheit decken kann Weil, äh Ja Einfach einer fehlt, der deckt Das ist zum Kotzen Der Bot rennt vor Ja, Bot geht halt auf A Guter Plan, du Vogel Ich sag dem Bot, dass er jetzt mitkommen soll Weil jetzt kommen sie wahrscheinlich euch von hinten angedengelt Kleid dann vor Banana Vor allem kommt der Bot dann Vielleicht jetzt von hinten In die Reihen Was an der Stelle sehr merkwürdig klingt Ohne Kontext Komm, der Bot kommt von City Pass mal auf, der killt jetzt einen Ich flash mal in die Richtung Flash City Komm, Bot, 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 Bot Komm schon, Bot Komm, der Bot ist bei uns Da ist gar keiner mehr Der Bot ist einfach durchgelaufen What the fuck? Stallos, Stallos, Stallos Ich denke, der Mitspieler wäre geblieben Hätten die nicht angefangen Ihn zu, ja, zu kicken Oder so eine Scheiße Man merkt doch, wenn man schlecht spielt Jeder weiß es Jede Runde guckt man dann in die Stats Und denkt sich Ich hab immer noch keinen Kill Das braucht man dann nicht gesagt zu bekommen Oder eben gezeigt zu bekommen Durch einen Kickversuch Das raubt einem halt die komplette Lust Dann am Spiel Das ist einfach bastardmäßig Dann in so einem Fall jemanden zu kicken Klar, wenn jemand trollt Und dann da einen Teamattack macht Oder verrät, wo man ist Vollkommen gerechtfertigt dann einen Kick Aber wenn jemand einfach nur Jetzt gerade nicht so Das Momentum hat Das kann ja noch kommen Ja, vielleicht wäre er der Topfrager gewesen Und hätte uns zum Sieg verholfen Jetzt ist er fort Oh Gott, Bot Nein, 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 nein Nein, der Bot I'm taking the Bomb To A und er ist tot Es ist so zum Kotzen Es ist so zum Kotzen Ja, Jungs Das hätte der andere Vollidiot Wahrscheinlich auch gemacht Aber er hätte geschossen dabei So dumm, ey Jetzt haben wir zwei Jetzt haben wir die Runde verloren Einfach nur deswegen Nur, weil wir den Verfickten Bot am Start haben Das ist gefasst dann Ey, fast, fast, fast Ein Scherz, oder? Das ist doch ein Scherz Und er will einfach nicht hören Du sagst Fallback Kommt zumindest an meinen Punkt Wo ich stehe Ne, der Bot I gonna plant The Bomb Ich frag mich echt Auf welcher Difficulty Die Bots stehen Hier Wenn man ein Let's copy, let's copy fast He's down Ich stelle mich hier mal in die Ecke Ich glaube, da ist nicht oft Oder ist es hier so ein commonplace Nice Eigentlich ein 8-7 Wenn die scheiß Bot-Runde jetzt nicht gewesen wäre Aber naja So, sehr schön Der Bot bleibt bei CT Stehen Bot Ja Wollte gerade sagen Jetzt hätte ich gerne Ich hätte früher hier Laura mitgucken müssen Weil die gerade so auf die Nase bekommen haben Die Tees Oder zumindest waren sie eben da unten Oh mein Gott Und der Stilty Stairs Wow Mit dem Nachladen Fuck Wenn du dir jetzt in so einem Beispiel überlegst Dass es ja an sich so ist Dass bei diesen Fällen Wie er gerade eben war Objekt in der Mitte Gegner hinter dem Objekt Du vorne dran Du willst auf ihn schießen Dass es ja meistens links, rechts, links, rechts ist Und man könnte eigentlich einfach pre-aimen Und den Kill auch setzen Aber trotzdem Schießt man auch abwechselnd Links, rechts, links, rechts Dabei gibt es wirklich Verhaltensmuster die übereinstimmen. Also oft. Ja, jetzt kriegen wir halt das volle Ausmaß zu spüren der Bot-Haftigkeit. Denn so kann man natürlich als City nicht optimal decken. Wir sind jetzt hier wirklich mit dem Hinke-Fuß am Start. Ja, und dann gibt es immer noch Leute, die sagen oder behaupten, der Matchmaking-Rank wäre repräsentativ. Ist natürlich Tinev hoch 10. Vielleicht versteifen sie sich jetzt. Warum ist der herangegangen? Die Bomb ist doch hier bei uns down, also bei ihm. Ist er wirklich lauer mitgerannt? Der Suppenkasper. Und sobald ich jetzt verschiebe, werde ich von Short genutzt. Aber wir müssen auf B ein. Er muss auf B ein. Ich muss Purple verschieben. Purple ist derjenige welcher. Bomb ist down. Vielleicht können wir hier auf Zeit spielen. Aber die haben noch einen zweiten. Fuck! Nein, 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 nein. Scheiß doch, die Wand an. Ich treffe den einen Jukkel einfach nicht da auf Long. Der andere hat wieder schön gefressen, den Headshot. Das ist doch ein Scherz. Der Bot-Rush vor. Das ist einfach lächerlich. Slow HP. At least two on a long. Alter, das sah gerade so nach Bot-Move mit aus und trotzdem hat er die Kills geholt. Not bad. Not bad. War das der Bot? Ist das der Bot? Ne, das ist ein Spieler. Weißt, der Bot übernimmt ein Spiel. Und schon wieder ist die Runde verschwendet. Den Vorteil, den man bei City hat, der entsteht natürlich erst, wenn man auch full ist und die Plätze dementsprechend gut decken kann oder verteidigen kann. Wenn man aber jedes Mal einen dabei hat, der einfach Mitte durchrennt und verreckt, also sieh unseren Bot, dann ist das, äh... Guck mal da, er kommt einfach mit uns mit. Dieses Stück Scheiße. Verpiss dich, Bot. Ja, na, also, das geht doch. So, Jungs. Wir müssen jetzt halt ultra, ultra defensiv spielen. Tech Bot. Sehr gut. Also, es ist doch wirklich extrem lächerlich, dass man dem Bot nicht feste sagen kann, was er zu tun hat. Er muss einfach grundsätzlich auf jede Nachricht hören, weil es sonst überhaupt keinen Sinn macht, so einen Bot am Start zu haben. Also, er muss einfach immer auf die letzte Nachricht hören. Auf die letzte Nachricht, die einem ging, muss er zwingend hören. Die wird dann zwar jedes Mal überschrieben, wenn jemand anderes was sagt, aber natürlich ist man auch selber schuld, wenn man ihm sagt, er soll Mitte rushen zum Beispiel. Aber es kann einfach nicht sein, dass der Bot alleine mit der Bombe auf den Spot rennt. Das darf gar nicht möglich sein. Der Bot darf die Bombe gar nicht in die Hand nehmen dürfen. Das ist einfach lächerlich. Ja, fabulös, ne? CG auf jeden Fall an diesem dreckigen Vollidiot, der den anderen kicken wollte. Ich weiß nicht, wer das war. Also, Purple wahrscheinlich nicht, weil er dann direkt gefragt hat, warum ist der weg? Orange oder Gelb? Und Orange war vorhin ja schon ein Pappenheimer mit irgendeiner Aktion. Ich hab's ja vergessen, aber er ist auch schon negativ aufgefallen. Guck mal, der Bot, was er macht. Alter Bot, kommst du mal zurück? Er kommt nicht zurück. Doch, er kommt. Sehr schön. Bot, komm. Er hockt sich dahin mit einer MP. Oh nein! Nein! Beide Waffen waren leer, Alter. Was soll ich machen? Den Win haben sie sich wirklich verdient. Also für das Spiel gibt es auf jeden Fall ein ganz großes Pappalapapp von mir. Nun ja, auch heute gibt es wieder einen leckeren Skin für euch. Schreibt mir einfach mal hier unter dieses Video, also an euren Kommentar angehängt, den ihr wahrscheinlich schon geschrieben habt, aber ihr könnt ja bearbeiten. Was eure Erlebnisse mit Bots in Counter-Strike waren. War das bis jetzt immer recht gut? Also konntet ihr sie ganz gut steuern? Oder haben sie sich einfach angestellt wie Pisspantoffeln und sind irgendwo hingerannt? Wie ist das so bei euch? Und warum laden eigentlich die Bilder hier nicht? Weiß ich nicht. Wie immer hier am Ende, vielen Dank für eure Daumen auf die Videos. Es ist enorm. Und ja, danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao. 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 Vielen Dank.